Nilos ist ein führender Hersteller von Produkten rund um den Fördergurt. Der Familienbetrieb steht für ausgezeichnete Produkte und Services weltweit. Seit mehr als 85 Jahren, seit 1926, ist Nilos Spezialist für anwendungserfahrene Entwicklungen und Produkte made in Germany. Nilos ist der einzige Hersteller von Vulkanisierpressen mit speziellen Aluminiumprofilen. Mit dem Abrasiv-Wasserstrahlschneider werden die Einzelteile zur Herstellung von Heizplatten, Abdeckhauben, Bodenblechen etc. bis zu einer Stärke von 150 mm hergestellt. Unsere Hydraulikzylinder aus Aluminium werden in Eigenfertigung auf CNC-Drehmaschinen produziert. Bleche aller Art bis 130 Tonnen werden gebogen. Mit den verschiedenen Typen von Vulkanisierpressen werden Gewebe- oder Stahlseilgurte selbst für den schwersten Industriegebrauch heißvulkanisiert. Das Angebot des Familienunternehmens reicht aber weiter. Von Industriegummiprodukten und Vulkanisierpressen über Bandanlagen bis hin zu Fördergurten. Neben Lösungen zur Kalt- und Heißverbindung von Fördergurten steht Service an oberster Stelle. Mit eigener Konstruktion und Fertigung sowie der Herstellung von Industriegummi und Elastomermaterialien sorgt Nilos für schnelle und abgestimmte Lieferung und Installation aller Produkte und Lösungen rund um die Fördertechnik und bietet auch Montagen, Wartungen, Reparaturen und Installationen von Fördergurten jeder Art für ein Höchstmaß an Sicherheit. Überall. Selbst die Fertigung der seemäßigen Transportkisten erfolgt in-house. Mit seiner langjährigen Erfahrung ist das Unternehmen global gefragt und hat weltweite Standorte. Nilos ist zertifizierter Bildungsträger im Bereich der Vulkanisiertechnik und bietet Weiterbildungsmaßnahmen zur Fachkraft für Vulkanisiertechnik an. Nilos. There's no better way in belting.